Strahl-Seiß, ja. Und dann hätte mit Züger gleich noch ein bisschen... Ja, vier Punkte. Vier Punkte, ja. Geil, ja. Ich bin schon mit. Nein, keine Scheiße. Komm mal kurz zurück. Auch schon eine Gratulation. Ich denke, nach acht Spieltagen mit einem Punkt hätte da jemand gesagt, zum Winterpause haben wir 17. Respekt vor euch. Hut ab. Da haben wir uns acht Spiele in Folge zum Verstand gespielt haben. Auch wieder gezeigt haben, was wir auch können. Das nehmen wir mit. Die Rücken und die Vorbereitung. Winterpause jetzt erst mal. Wir haben es am Donnerstag gehabt, dass wir uns leider verlässt. Heute nochmal zu Null gespielt. Und leider, leider, hier mal aufgedacht. Na ja, ihr Nachtjacken. War eine geile Zeit. Ihr Schwaben seid ja, na ja, ganz akzeptabel. An der Theke müsst ihr noch ein bisschen üben. Ja, wie gesagt Männer, für die Zukunft ist alles Gute. Heißt euch zusammen diese Saison. Genießt noch WV-Pokal. Und dann machen wir uns heute noch einen schönen Abend. Und danke für den geilen Abschluss. Wir haben für euch beide machen was. Ja, machen wir uns in der Kabine. Ich bin nicht da. Jetzt gucken wir mal Weikli, was machen wir noch gut. Ja Mann, hier hat der TSV. Ich kann nicht mehr spielen. Ja, der TSV. Aber kein Reiner. Ja, der TSV! Jetzt soll ich mitnehmen. Braut ab. Mach!